hola aus spanien erik hat heute nacht wieder zugeschlagen mit seinen kumpels die acht tage sind jetzt rum wo sie bei mir waren haben über 45 fische gefangen heute nacht kam noch mal ein richtiger kracher richtiger bigfisch unser schlüsselspieler die woche war das bungee rig vom jens köller das original geschützte funktioniert wunderbar ihr werdet sehen ihr habt mit dem teil viel weniger fehlbisse die bisse kommen wieder viel aggressiver der haken dringt ein durch den gummizug funktioniert wunderbar also dann zeigen wir euch noch den dicken bolle richtiger bigfisch wird so an die 90 kilo haben man sieht hier schon gelbe punkt und hier wieder langsam gilt kann sein dass ein paar jahren traumhafter mandarin